Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ich habe gerade nochmal den sechsten Auflieger hier gekauft, einfach mal alles zu transportieren. Wir haben so viele Produktionen am Laufen, überall stehen irgendwelche Auflieger rum. Okay, mein Landei hat jetzt gerade durchdrehende Reifen. Wollen wir da mal gucken. Oh. Ähm. Ähm. Irgendwo verständlich, dass der durchdrehende Reifen hat. Mir völlig unverständlich, wie sowas passieren kann. Ja, das passiert, weil ich einen Abladeträger gesetzt habe. Wahrscheinlich. So, aber dass du hier durchdrehende Reifen hast, das könnte man doch auch mal... Soll ich denn da jetzt rauskommen? Soll ich denn da jetzt rauskommen? Jetzt wäre mal für mich die Frage... Soll ich das denn jetzt alles damit wieder aufsammeln? Mit dem hier? Soll ich den Gegrüß? Soll ich den Gegrüß? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was, bitte schön, soll ich hier tun? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich gehe da erstmal raus Das ist hier erstmal so ein bisschen gefloppt Und ja Schön, dass sie hier so flexibel sind Ich fahre erstmal zum anderen Bilo hier hinten Dann da ab Dann kann der nämlich schon mal wieder weiterfahren Jetzt steckt der Lexion im Verkehr fest Ja, klar Einmal leer machen, bitte Hauptfahrer einstellen Ist klar, dass du feststeckst Wenn der Kleinkopf sich da so hinstellt Ich schauke das Abfinde Ich schauke das Ich schauke das Ich schauke das Ich schauke das Ja, die Stratege, oder? Oh, der Name. Das ist ja jetzt voll doof. Aber voll doof. Sowas von doof. Sowas von doof. Sowas von doof. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Okay, das geht. Das geht. Man, das hört sich gar nicht so ein schickes Auto. Hallo? Boah. 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 Bis zum nächsten Mal. Bye. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wo habe ich meine ganzen Anhänger? So, wo habe ich meine ganzen Anhänger? So, meine beiden Klaas stehen da drin. Ich habe keinen Traktor mehr hier. Okay, das ist klar. Das ist auch klar. Das ist klar. Den nehmen wir jetzt mit. In der Hoffnung, dass das damit funktioniert. Ja, ob das funktioniert oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst oder einen Kommentar. Ja, oder wenn ihr mich abonniert. Auch ganz toll. Ernsthaft jetzt. So, und ich gucke jetzt erstmal, wie ich dieses komische Strohchaos hier beseitige. Mal gucken, was ich da machen kann. Jetzt mit den Förderbändern funktioniert. Man weiß es nicht. Ich werde es wohl nie erfahren. Doch, in der nächsten Folge. In diesem Sinne. Tschau.